Liebe Landwirtinnen und liebe Landwirte, wir befinden uns jetzt im Weizen, das ist eine Sorte Meister, der ist Anfang Oktober gesät worden und wenn man sieht, wir haben den jetzt aufgeschnitten, dann sieht man das Stadium sehr schön, das ist der erste Knoten und der zweite Knoten beginnt sich abzuheben, das ist jetzt, ich würde jetzt einmal sagen, im Übergang zum Stadium 32 und wenn Stadium 32 ist, dann sieht man, dass da das Fahne Blatt spitzt, also F-1 spitzt. Wo es jetzt wichtig ist, weil es sind doch Niederschläge gefallen, dass man auf die Septoria aufpasst, man sieht auf die älteren Blätter sehr deutlich, die Septoria, die Sporen, die schwarzen Punkte und wenn wir jetzt die Blattnässe zusammen bekommen und die Temperatursumme erreicht ist, dann müssen wir aufpassen, dass F-1, F-2 geschützt wird. Wenn sie das weiterentwickeln sollte, je nachdem wie jetzt die Witterung weitergeht, dann ist unsere Empfehlung mit einem Liter Balaya, dann haben wir die Funkteseptoria im Griff und auch Rost, wenn etwas aufkommen sollte und was noch anstehen würde oder kann, dass man nochmal eine Verkürzung durchführt, je nachdem was für eine Vorbehandlung gemacht worden ist. Sie können jetzt jederzeit noch 0.4, 0.5, 0.3, wenn sie je nach Vorlage was gemacht haben, mit ProTax dazu mischen und das macht auch Sinn. Ansonsten melden wir dann nächste Woche nochmal und dann schauen wir, wie es weitergeht. Vielen Dank.